Bei Das Leben und das Schreiben, der Autobiografie-slash-Schreibratgeber von Stephen King, hatte ich anfangs ein bisschen Sorgen, dass es mich zu anstrengend ist, weil es halt eben kein Roman ist. Hat sich das bestätigt? Darum geht's in diesem Video. Ja, für mich persönlich ist dieses Buch ein nahezu perfekter Misch aus Autobiografie, wo Stephen King eben von seinem Leben erzählt, von den Anfängen, von seiner Kindheit, wie er zum Schreiben kam, wie er seine Frau kennengelernt hat etc. Und eben Schreibratgeber, wo er von seinen persönlichen Techniken des Schreibens kennenlernt, wie er vorgeht und was er für Tipps für andere hat. Und ich habe jetzt gesagt, das ist ein krasser Misch. Man könnte auf den ersten Eindruck zwar das Gefühl haben, dass es klar voneinander getrennt ist, erster Teil ist über das Leben, zweiter ist über das Schreiben, aber ich habe immer mehr gemerkt, wie sehr sich das eben gegenseitig bedingt. Für ihn gibt es kein Leben ohne das Schreiben und es gibt auch kein Schreiben ohne Leben, weil Schreiben ist Leben. Eine andere These aus diesem Buch, die ich auch super interessant fand, war folgende, dass Schreiben nichts anderes ist als Telepathie. Stephen King hat dann angefangen, einen Käfig zu beschreiben, der in diesem Moment, wo er dieses Buch geschrieben hat, auf seinem Schreibtisch vor ihm stand, hat beschrieben, wie dieser Käfig ausschaut, was da für ein Tier drin ist und was da für ein Tuch drüber liegt und whatever. Und hat mir mit diesem Beispiel klar gemacht, wie abgefahren das doch ist, dass jetzt Stephen King, der im Jahr 1998 ist, in Amerika irgendwo, ein Bild in seinem Kopf hat, das jetzt ich über 20 Jahre später auch in meinem Kopf habe. Und wenn man da mal drüber nachdenkt, ist das schon echt abgefahren und so ist das ja immer beim Schreiben. Ein Autor schreibt ja das, was er gerade bildlich im Kopf hat und sorgt damit dafür, dass jemand komplett anderes, mit dem er noch nie gesprochen hat, den er noch nie gesehen hat, das gleiche Bild, vielleicht ein bisschen anders, aber auch im Kopf hat. Ja, meine Sorge, dass das anstrengende Kost wäre, weil es eben kein Roman, keine Geschichte ist, wurde sehr, sehr schnell im Keim erstickt, weil typisch Stephen King das Ganze eben sehr, sehr detailreich und damit auch sehr lebhaft beschrieben ist. Man hat schon fast ein bisschen das Gefühl, es wäre eine Geschichte. Man muss sich immer wieder klar machen, das ist keine Geschichte. Es ist Stephen King selbst, der das alles erlebt, was er da schreibt. Und manchmal hatte ich auch ein bisschen das Gefühl, dass er da gerade zum Beispiel Szenen aus seiner Kindheit nochmal durch seine Fantasie ein bisschen ausgeschmückt hat, weil ich mir immer denke, so detailreich kannst du dich da gar nicht an alles erinnern. Was lag da noch auf dem Tisch rum, als ich da saß und whatever. Aber das finde ich nicht schlimm, das macht das Ganze ja leichter zu lesen und detailreicher und man fühlt sich leichter ein, man versteht besser, was er einem damit sagen möchte. Insgesamt ist meiner Meinung nach der Schreibstil super angenehm zu lesen. Ich lese ja auch immer schon sehr gerne die Vor- und Nachwörter von Stephen King Romanen und im Grunde hat man jetzt hier ein einziges Vor- bzw. Nachwort. Und das finde ich super, weil ich finde, Stephen King schreibt immer total humorvoll und einfach sympathisch. Man liest es gerne, man schreit immer förmlich danach, erzähl mir mehr, erzähl mir mehr, erzähl mir mehr über die Hintergründe zu Geschichte Y, erzähl mir mehr, wie du damals angefangen hast zu schreiben. Aber abgesehen von diesen ganzen Bewertungen jetzt sozusagen, möchte ich noch darüber sprechen, was dieses Buch mit mir persönlich gemacht hat. Mich hat es unfassbar motiviert, selber wieder mehr zu schreiben. Ich schreibe selber schon seit ein paar Jahren hin und wieder mal, aber es hat mich immer sehr frustriert, dass das ein Hobby ist, was ich zwar sehr gerne auslebe, was ich aber nur total selten ausleben kann, weil ich nicht wie Stephen King immer und überall schreiben kann, sondern manchmal eine Geschichte anfangen und dann zwei Monate lang gar nicht schreibe, weil ich nicht weiß, wie es weitergehen soll. Und das hat mich immer sehr geärgert. Und wo jetzt Stephen King angefangen hat zu beschreiben und gesagt hat, wenn du ein guter Autor werden willst, dann musst du regelmäßig schreiben, musst jeden Tag schreiben. Und ich mir immer denke, wow, aber ich kann nicht jeden Tag schreiben, so viele Ideen habe ich nicht. Und dann hat er beschrieben, wie der perfekte Arbeitsplatz ausschaut. Das sollte am besten ein Extraschreibtisch nur fürs Schreiben sein. Und dann habe ich mir gesagt, okay, dann setze ich mich halt mal nicht hier an meinen Schreibtisch, wo ich jetzt hier gerade bin, sondern an meinen Esstisch, wo dann nur mein Laptop steht, weil da bin ich ein bisschen mehr abgeschottet. Und dann hat Stephen King gesagt, man muss unbedingt die Tür zu seinem Zimmer zumachen, damit andere Leute einen nicht ablenken können. Und ich habe das Ganze einfach mal auf unsere Zeit übertragen und nicht die Tür zugemacht, sondern das Handy weggeworfen sozusagen. Habe das einfach mal zehn Meter von mir weggelegt, einen Timer auf eine Stunde gestellt und mich dann an den Esstisch gesetzt mit meinem Laptop und zehn Minuten lang erst mal nicht geschrieben. Dann war das aber auch so. Ich konnte mich nicht ablenken lassen. Und dann kam ich in diesen Flow und habe eine Geschichte weitergeschrieben, die ich seit Monaten nicht mehr weitergeschrieben habe, weil ich nicht wusste, wie sie weitergehen soll. Ich habe mir immer das Gehirn darüber zerbrochen, wie es weitergehen soll. Aber diesmal kam ich in den Flow und ich wusste, wie es weitergehen soll. Und das hat mich so krass fasziniert und das hat mich erfüllt. Und dann habe ich das am nächsten Tag direkt wieder gemacht. Und heute nehme ich dieses Video auf. Ich bin mal gespannt, wie das weitergehen wird, ob ich das tatsächlich schaffe, regelmäßig weiterzumachen. Wenn ich das schaffen würde, würde mich das sehr, sehr freuen. Aber das ist so ein bisschen was, was ich jetzt eben durch Techniken, die Stephen King in diesem Buch beschrieben hat, erlernt habe sozusagen. Davor habe ich es quasi fast schon nie zugelassen, in einen kreativen Flow zu kommen. Und Stephen King hat mir dabei geholfen, das wieder zuzulassen. Letztlich bleibt mir also diesbezüglich, bezüglich meiner Motivation zum Schreiben, einfach nur ein Wow. Es ist so faszinierend, wie Stephen King beschreibt, dass das Schreiben das Leben ist und dass das Leben das Schreiben ist. Und mit Schreiben will man ja immer was ausdrücken. Und manchmal will man auch einfach nur schreiben, aber immer kommt es aus den Tiefen deines eigenen Herzens sozusagen raus. Und da habe ich einfach nur Gänsehaut gekriegt und bin gerade so unendlich stark motiviert, wieder mehr zu schreiben. Letztlich geht eine Empfehlung an alle raus, die selber schreiben oder anfangen wollen zu schreiben, aber auch an alle anderen, die selbst vielleicht mit dem Schreiben gar nichts zu tun haben wollen, die vielleicht einfach nur Eindrücke aus dem Leben von Stephen King haben wollen und lesen wollen, wie er darüber spricht, über seine größte Faszination im Leben, das Schreiben. Ja, liebe Leute, hier geht es jetzt zu einer weiteren Stephen King-Buchvorstellung und hier zu meiner Playlist mit sämtlichen Buchvorstellungen. Hier kommt ihr zu meinem Kanal und unten abonnieren, Glocke aktivieren, ihr wisst Bescheid. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao. Ciao.